Hey Leute, willkommen zum heutigen Video. Heute soll es um Versicherungen gehen. Das Video soll euch helfen, die richtige Versicherung zu finden. Und vorab, es gibt drei Arten von Versicherungen. Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko. Und je nachdem, welche Versicherung ihr euch bucht, ändern sich natürlich auch die Beiträge. Desto mehr ihr zahlt, desto mehr habt ihr mitversichert und desto mehr Sachen seid ihr versichert. Sprich, ihr seid sicherer unterwegs, finanziell sicherer unterwegs, wenn ihr höhere Beiträge zahlt. So in der Theorie, aber vorab wollte ich noch eine Sache sagen. Es richtet sich nur an die Fahrer, die legal fahren. Also alle Leute, die ungedrosselt fahren, angenommen die MT-07 hier wäre ungedrosselt, was sie natürlich nicht ist. Lohnt sich absolut gar nicht, 48 Pässe mehr als genug. Dann würde die Versicherung nicht zahlen, wenn nicht ein Unfallbau und es rauskommt, dass die Karre offen ist. Dann würde die Versicherung nicht zahlen, dementsprechend. Und wenn ihr bewusst illegal fahrt, dann versichert eure Karre auch nicht unnötig teuer. Es bringt euch letztendlich nicht und es kommt noch ein Strafverfahren dazu. Sprich, ihr seid die Beiträge umsonst los. Und ja, okay, kommen wir zur Versicherung. Die Haftpflichtversicherung ist die Standardversicherung. Die Haftpflichtversicherung deckt jeglichen Schaden, den ihr anderen Leuten zufügt im Straßenverkehr. Die Kfz- bzw. Motorradversicherung deckt jeglichen Schaden, den ihr durch einen Unfall verursacht. Absichtlich, unabsichtlich ist völlig egal. Was die Versicherung machen kann, angenommen, ihr handelt fahrlässig, sei es Trunkenheit, überhöhtes Tempo oder sonst was. Sie kann euch bis 5000 Euro gesetzlich in Regress nehmen. Sprich, ich zentriere mit 1,0 Promille die MT-07, die hübsche MT-07 hier im Gegenverkehr. Mir passiert Gott sei Dank nichts angenommen. Ich fliege runter ins Gebüsch, weiche allen möglichen Bäumen im Flug aus. Habe einfach mal Schweineglück. So wie beim letzten Unfall. Natürlich kein Alkohol im Spiel. Aber wir nehmen einfach mal an, fahrlässig war es getrunken und gefahren. Dann kommt vermutlich ein Strafverfahren gegen mich und die Versicherung nimmt mich für den Schaden beim entstandenen Pkw in Regress bis zu 5000 Euro angenommen. Ich fahre in den Lamborghini rein, was nicht realistisch ist. Es wäre eher realistisch, in den Golf GTI oder ein Fahrzeug mit einem Wert von 30.000 reinzufahren. Angenommen, der Schaden liegt bei 15.000 Euro. Ich muss 5000 Euro zahlen, weil ich fahrlässig gehandelt habe. Und ja, macht Sinn. Egal wie hoch das Schaden ist, ich zahle 5000. Es gibt Deckungspauschalen, je nach Versicherung unterscheidet sich das. Sprich, solltet ihr bei einer gewissen schlechten Versicherung, die nur bis eine Million deckt, wovon ich noch nichts gehört habe, sein. Und ihr fahrt in irgendeinen alten Jaguar Oldtimer, der 2-3 Millionen wert ist und ihr verursacht einen Totalschaden, habt ihr echt ein Problem. Deswegen schaut bei der Versicherung auf eine Höchstdeckung von, ich würde sagen, mindestens 10 Millionen. Höher ist besser. Ich glaube 100 Millionen sind Standard, kommt natürlich auf die Versicherung an. Und ja, Haftpflichtversicherung lohnt sich für alle Leute, die ein Motorrad haben, das nicht viel wert ist, beziehungsweise ein Motorrad, das nicht gern geklaut wird. Also, es sind alles Motorräder, die für mich persönlich unter 1000 Euro im Kaufpreis waren und ihr nicht unnötig Geld ausgeben wollt für die Versicherung, da ihr knapp bei Kasse seid, Student etc. pp. Dann lohnt sich eventuell eine Haftpflichtversicherung, wenn ihr sie die Maschine sicher unterstellen könnt in der Garage, wo ihr zu 100%iger Wahrscheinlichkeit wisst, dass sie nicht rausgeklaut wird, die Maschine. Und ja, die Teilkaskoversicherung wiederum versichert euch noch ein bisschen mehr als die Haftpflichtversicherung. Ihr seid trotzdem nicht gegen allein verschuldete Unfälle. Versichert also jeglichen Schaden, den ihr eurem Motorrad zuführt, müsst ihr aus eurer eigenen Tasche zahlen. Dafür habt ihr ein paar andere schöne Details dabei. Weil meistens ist eine Wildversicherung dabei, sprich, wenn ich ein Reh überfahre oder sonst wie, zahlt die Versicherung. Glaubt nichts passiert nicht, besonders als Motorradfahrer passiert das gern. Wenn ihr im Wald unterwegs seid zur Dämmerung im Sommer oder zum Morgengrauen und da hüpft das Reh kurz raus und dann teilt ihr es in zwei, ihr stürzt und verletzt euch womöglich, dann kommt die Versicherung auch, ja, das ist sehr, sehr wichtig für eure Schutzkleidung auf, sprich, ihr habt einen teuren Drift-Carbon-Helm wie ich, 350 Euro hin. Ihr habt eine schöne Jacke, sei es von Alpenstars, Held, sonst wie, 400 Euro, zahlt die Versicherung ebenfalls. Also, es sammelt sich ganz schnell, Motorrad plus Kleidung, dann seid ihr bei 2, 3, 4, 5, 10.000 Euro, je nachdem, was eure Ausstattung, also eure Bekleidung, euer Motorrad wert war. So, die Teilkasko versichert auch den Diebschallschutz, sprich, wenn irgendein lustiger Typ, ich sag gern Banana-Sohn, aber, ja, ich reg mich da auch nur immer lustig drüber auf, weil es lohnt sich nicht, Nerven drüber zu verlieren, entscheidet euch, die Maschine zu klauen, ja, es sind oft Banden, die gezielt Motorräder klauen, dann ist euer Motorrad mit einer Teilkasko sehr, sehr oft, ich würde zu 99% sagen, also, ich kenne keine Teilkasko, die Diebschall nicht mitversichert hat, also gegen Diebschall versichert. Und die Zeitwerte werden wirklich erstattet, siehe Zinkvlog, einfach mal eingeben in der YouTube-Suchzeile, und Kawasaki Ninja gestohlen, ja, und dann wird euch halt der Zeitwert erstattet, und die Versicherungen sind da echt nicht geizig, was ich gehört habe. Zinkvlog hat da volles Geld bekommen, und falls ihr euch fragt, ist Zubehör mitversichert an der Maschine, ja, ist es, falls ihr ein paar Fotos macht und es bei der Versicherung angebt, dann versichert sie eure Rhizomergriffe, eure Handyhalterung, eure Heizgriffe, eure Carbon-Leichtmetallfelgen, oder was auch immer, einen kompletten Café-Racer-Umbau, versichert sie mit, und schreibt es einfach als Wert nieder und zahlt ihn euch, falls wirklich gestohlen wird. So was passiert, wenn ihr die Teilkasko versehentlich nicht abgeschlossen habt, und euch wird die Karre gestohlen, dann sitzt ihr halt mit 6.000 weniger auf dem Konto wieder. Und das ist sehr, sehr ärgerlich, weil die Wiederfindrate irgendwo ähnlich hoch wie bei Fahrrädern liegen sollte, sprich um die 5%, was ein Witz ist, vor allem weil, wenn ihr Berlin oder sonst wie in der Grenze wohnt, wie die Cover-Cue, dann ist die Maschine ganz schnell im Osten und dann bringt es euch halt gar nichts. Und dann könnt ihr fahnden, wie viel ihr wollt, ihr findet die Maschine nicht mehr, wird zerlegt und in einzelnen Teilen verkauft, oder das Zündschloss wird komplett ausgewechselt, und ja, ihr findet sie halt nicht mehr. Und es ist halt sehr, sehr schade, und ich würde es keinem empfehlen. So, die Teilkasko, ich hoffe, ich habe es gut erklärt, kommen wir zur Vollkasko. So, die Vollkasko ist eine sehr, sehr tricky Sache. Die Vollkasko kostet meist das Doppelte, wenn nicht das Dreifache einer Teilkasko-Versicherung. Und ca. ein Viertel der Leute in Deutschland haben selber eine Vollkasko-Versicherung oder jemand im Haushalt, der eine Vollkasko-Versicherung, Kfz-Vollkasko-Versicherung hat. Ist eine Statistik, könnt ihr einfach nachgoogeln. Ist schön zu wissen, es bedeutet relativ wenig Leute haben eine Vollkasko-Versicherung. Und, ja, eine Vollkasko-Versicherung zahlt, falls ihr stürzt. Angenommen, ihr fahrt 50 kmh, ihr ist in 50 kmh erlaubt, ihr geratet auf ein bisschen Dreck mit dem Vorderreifen, ihr stürzt, ihr ruft die Polizei an, sie schreibt einen Bericht, ihr wart nüchtern, ihr habt sonst keine Fahrtüchtigkeits-Einschränkung und alles war legal. Aber ihr seid halt ausgerutscht auf einem Stück Dreck oder sonst wie. Und der Schaden beläuft sich bei 50 kmh, sagen wir mal, auf 2.000 Euro, weil sich der Lenker verzogen hat, die Gabel ist verzogen, vorne die Felge ist verzogen, weil ihr in den Bordstein reingerutscht seid. Der Rest ist okay mit Arbeitszeit 2.000 Euro. So, jetzt habt ihr eine Selbstbeteiligung, die bei einer Teilkasko meist bei 150 Euro liegt, bei einer Vollkasko meist um die 500 Euro, je nachdem welche ihr habt. Also zahlt ihr von den 2.000 Euro Schaden nur 500 Euro Schaden. So, der Haken ist an der Sache, euer Beitrag erhöht sich, ihr habt meistens keinen Rabattschutz. Das bedeutet, ihr steigt mit einer Schadensfreiheitsklasse ein in die Versicherung, als Anfänger höhere Prozente und mit den fallenden Prozenten fallen auch eure Beiträge, Jahresbeiträge. Angenommen, ihr zahlt 700 Euro, nach dem Sturz müsst ihr plötzlich 900 Euro jährlich zahlen. So holt sich die Versicherungsgeld immer Stück für Stück wieder und ob es sich lohnt oder nicht, ist schwer zu beantworten. Ich habe aber eine Faustregel erstellt für mich, wonach ich entscheide, ob es sich lohnt oder nicht. Für mich ist es ungefähr 10% des Bikes dürfen die Versicherung maximal kosten, Vollkasko, damit es sich lohnt. So, bei der MT-07 jetzt, wenn wir 6.000 Euro annehmen nach einem halben Jahr, ist die ca. 6 wert. Circa, vielleicht auch 5,5, wer weiß, wie die Marktlage ist. Davon 10% wären 600 Euro Vollkasko jährlich. Für diesen Beitrag habe ich leider nichts Vollkasko bei mir gefunden, weil ich einfach unter 24 bin und viele Versicherungen mich einfach ablehnen, weil sie junge Fahrer als zu risikoreich den Fahrstil einschätzen und dementsprechend nicht gern versichern. Und ja, für mich hätte es um die 800 Nauwas Euro gekostet und es hätte sich einfach für mich persönlich nicht gelohnt, weil ich ja eh vorhabe, langsamer zu fahren als eh schon. Das fällt bei mir für jede Saison, fahre ich langsamer und langsamer. Natürlich hat man seine Phasen, wo man es genießt, außerorts, aber so ist es halt schön. Und die Vollkasko-Versicherung holt sich halt auf diesem Wege das Geld zurück, durch eine Beitragssteigerung. Aber ihr zahlt immer weniger und weniger Beiträge und es lohnt sich halt, wenn, in meinen Augen, wenn der Preis unter 10% liegt. Man kann es kritisch werden, wenn ihr arg zu schnell seid. Angenommen, ihr knallt hier mit 140 oder so raus, wie es einem Fahrer hier passiert ist, zerstört eure Maschine, euch passiert Gott sei Dank nichts, das ist das Wichtigste überhaupt. Und dann kommt erst finanzielle, dann fragt halt die Versicherung bei der Polizei nach, wenn die Polizei das nachmessen lassen hat, ein Gutachter ruft und er sagt, ihr war doppelt so schnell wie erlaubt, dann zahlt die Versicherung meist auch nicht, weil sie sich einfach rausredet, weil es zum Fahrlässigen handelt, äh zum Fahrlässigen tendiert. Also, es ist immer nicht ganz einfach mit Versicherung, aber die Versicherung zahlt, falls ihr ein normaler Fahrer seid und kein Raser in den meisten Fällen und da könnt ihr euch sicher sein. Und ja, generell lohnt sich eine Vollkasko. Ich finde eine Teilkasko ist für jedes Neufahrzeug ein Minimum, zwecks Diebstahlschutz. Und der Rest dürfte für euch entscheiden. Und noch ein paar Tipps von mir zum Schluss und ein paar Daten, was ich gezahlt habe. CBR 125R, Teilkasko unter 18 Jahren, 400 Euro in Stuttgart jetzt. Es unterscheidet sich sehr stark vom Wohnort. In Hamburg zahlt er zum Beispiel das Doppelte. Ähm, 400 Euro pro Jahr auf mich versichert. Ähm, mit 18, selbes Motorrad, selbe Versicherung, 120 Euro pro Jahr oder 130, gilt mich da nicht. Sprich, unter 18 zahlt ihr ca. dreimal so viel wie mit 18 für ein Leichtkraftrad. Und für diese Maschine zahle ich knapp 200 Euro Teilkasko. Ich glaube, 180 sind es ziemlich genau. Ähm, pro Jahr, weil ich schon in den Prozenten gefallen bin. Weil ich, äh, nie Geld von meiner Versicherung genommen habe, sondern alles aus eigener Tasche gezahlt habe. Und ja, ähm, das sind ungefähr die Beiträge. In Hamburg zahlt er für dieselbe Maschine um die 400 Euro Teilkasko. Berlin. Und ja, äh, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mich bitte mit einem Daumen nach oben wissen. Es freut mich auf jeden Fall, motiviert mich und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao, Leute.